Hallo und herzlich willkommen. Wandeln zwischen Licht und Schatten – das ist der Titel des Films, den wir mit deiner Hilfe ins Leben rufen möchten. Der Film handelt von Janus, einem jungen Mann, der urplötzlich in einer fremdartigen Umgebung aufwacht. Eine Art Parallelwelt. Und dieser Parallelwelt liegt ein Geheimnis tief verborgen zugrunde. Und genau das muss Janus jetzt lüften. Auf seinem Weg begegnen ihn aber alte, längst vergessene Erinnerungen, Ängste und tiefe Sehnsüchte. All dem muss sich Janus jetzt stellen. Auch lösen sich langsam die Dimensionen von Zeit und Raum in dieser Welt auf. Die Idee des Projektes existiert schon seit einiger Zeit und seit ein paar Monaten ist es aktiv in Bearbeitung. Das heißt, es existieren Auszüge des Storyboards, Drehbuchs und auch das Locationscouting hat bereits begonnen. Insgesamt wird der Film etwa eine Laufzeit von 15 Minuten haben und mit deiner Unterstützung, deiner finanziellen Hilfe wird es uns überhaupt erst möglich sein, Fahrtkosten zu decken, Catering und vor allem Kulisse und Ausstattung, ohne welche wir überhaupt gar nicht die Welt ins Leben rufen können. Zu guter Letzt zu meiner Person. Ich heiße Julius Gatzke, bin 23 Jahre alt, Filmstudent und schon seit praktisch immer fasziniert für Film, Geschichten und Kunst. Und jetzt auch schon seit ein paar Jahren Kurzfilmregisseur. Also vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und vielleicht auch für deine Unterstützung. Dankeschön.